Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Sie? Fahr zur Hölle, ich hasse dich. Ich hoffe, die rutscht beim Händewaschen ganz langsam der Ärmel runter. Nimm das zurück. Dieser Moment, wenn Eltern im Supermarkt nach unbelastetem Bio-Obst suchen, während ihr Kind unbemerkt die Griffe des Einkaufswagens ableckt. Scheiß Praktikum. Das einzige, was ich machen durfte, war Kaffee kochen. Warst du nicht bei Starbucks? Gedanke des Tages, wenn man bei dem Namen Anna jeden Buchstabe um eins erhöht, kommt Bub raus. Seit ich damals meinen Bumerang geworfen und verloren habe, lebe ich in ständiger Angst. Sind die Brötchen von heute? Nein, von gestern. Ich hätte aber gerne welche von heute. Dann kommen sie morgen. Ich habe einen Huhn und ein Ei bei Amazon bestellt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Denken sich normale Hunde eigentlich auch, wenn sie einen Polizeihund sehen? Scheiße, die Bullen. Wenn du wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gehst, lebst du von Steuergeldern, weil du keine Steuern gezahlt hast. Eigentlich schon ein krasser Zufall, dass Wilhelm Röntgen 1895 ausgerechnet die Strahlung entdeckt hat, die genauso heißt wie er. Wie schreibt man ihren Namen? S wie Stefan, E wie F an, F wie Fan, A wie An, N wie N. Dadurch erweitert man das Spektrum der... Schüler, was? Wo ist Spektrum? Und du hast diese riesige Situation wirklich aufgegessen? Ohne mit der Wampe zu zucken. Oma, 67. Ich habe in deinem Alter schon gearbeitet. Ich, Oma, dafür werde ich in deinem Alter noch arbeiten. Vor 10 Jahren hatte ich eine Lieblingsdisco. Vor 5 Jahren hatte ich eine Lieblingskneipe. Jetzt habe ich eine Lieblingscouch. Es soll Frauen geben, die sind schlauer als Männer, aber davon wird die Küche auch nicht sauber. Ich gebe Dingen in meinem Haushalt gerne Namen. Kühlfrank, Messer und Gabriel, Müllreiner, Pfannenwerner, Kaffeemarkschiene, Spülmichel. Kennt ihr noch mehr? Vorhin im Bus. Eine ganze Schulklasse steigt ein und der Typ neben mir sagt, Burne, doch komme ich lieber zu spät und steigt aus. Wie heißt es richtig? 7 und 8 ist 13 oder sind 13? Äh, sind 13, denke ich. Nein, es sind 15, du Trottel. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.